Hallihallöchen und Willkommen zurück zu NECK, den Jump'n'Render, wo ich aus Einzelteilen bestehe. Oha! Dreckspanzer! Ah, schade. Ich hab gedacht, der landet irgendwo da hinten. Aber war ja auch so. Irgendwas hab ich gehört. Kann ich auch einfach laufen? Schade. Kapatt! Das ist so geil, auch mal zur Störung. Aber dass die PS4 immer noch so flüssig läuft bei so vielen Einzelteilen, die sie rendern muss, ist cool. Wow! Fuck! Schade, ich hab gedacht, den Panzer kann ich mitnehmen. Das ist so geil. Ich hasse sowas. Wenn man so überhaupt keine Möglichkeit hat, die Leute zu erledigen. Ich probiere mal was. Den lasse ich jetzt mal liegen. Nehme die mit. So, laufe feige davon. Was sogar geht. Und hole mir den... Schade. Den Panzer zurück. Der weg ist. Och, Mann. Scheiße. So war das nicht geplant. Irgendwie. Irgendwie. Schade. Roboter. Roboter. Hier kommt Hilfe. Los, lauf zur Treppe. Oh! Okay. Oh, 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 oh. Och komm ey Das Ernsthaft Also es gibt echt Momente Wo ich mir denke Fick dich doch Da ist ja so Gegner Die sich permanent schützen Da kriege ich die Aggro Und die haben auch noch Treffen damit So Oh da kommen ja noch mehr Nein der war voll umsonst Oh echt ganz von vorne Das ist Richtig assin Oh ja Oh ja Koniec. Meine Güte. Ein Fernglas, yeee. Drei Seltenheit. Okay. Gegeben, bitches. Hey. 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 Okay. Huh. Schade. War so klar. Ich find's so geil, dass Nick echt so groß werden kann. Und wieder ein Special. Okay. Okay. Na komm. Ist hier noch was? Nein. Gut. Denn dann mach ich eine Pause. Vielleicht etwas längerer, ey. Die Konzentration geht so runter jetzt auch schon nach Crisis. Dass es jetzt auch schon zwei Stunden vorbei ist. Und jetzt nochmal zwei Stunden Nick. Das geht ganz schön ins Hirn. Oh. Oh. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Vielen Dank.